Hallo, herzlich willkommen zum vorletzten Raupen-Video. Du bist jetzt fast ein Raupenexperte geworden. Du weißt ganz genau, wie eine Raupe aussieht, wie viele Beine sie hat, wie sich Raupen bewegen, was sie fressen und wo sie wohnen. Das ist schon eine ganze Menge an Wissen. Trotzdem bin ich jetzt gespannt, ob du unsere Raupe wiedererkennst oder gar auf dem Foto entdeckst. Schaue dir das Bild ganz genau an und in aller Ruhe und dann erzähle ich dir später noch etwas dazu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, da bin ich wieder. Und? Bist du etwas überrascht? Oder wusstest du schon, was mit der Raupe passiert? Unsere Raupe hat sich verpuppt. Hm, verpuppt. Was für ein schwieriges Wort. Das klatschen wir jetzt einmal zusammen bei 3. So kannst du es dir besser merken. Eins, zwei, drei, verpuppt. Verpuppt. Und nochmal. Eins, zwei, drei. Verpuppt. Super. Also, dass die Raupe sich verpuppt hat, bedeutet, dass sie sich verändert hat. Sie hat sich nämlich ein Gehäuse gespinnt, in dem sie jetzt ungefähr eine Woche lang wohnen wird. So ein Gehäuse nennt sich Kokon. Wir klatschen das Wort gemeinsam bei 3. Eins, zwei, drei. Kokon. Und nochmal. Eins, zwei, drei. Kokon. Perfekt. So ein Kokon spinnt sich die Raupe innerhalb von nur zwei Stunden. Zunächst ist er weißlich gefärbt und sobald es trocknet, wird er braun. So siehst du es auch auf unserem Video. Für die Verpuckung ruft sich die Raupe ruhige Stellen, an denen sie nicht so auffällt. Meist sind es Blätter oder Äste. Das kannst du auch in dem Video erkennen. Dass die Raupe sich verpuppt hat, ist gar nichts Außergewöhnliches. Ist die Raupe nämlich erwachsen, beginnt sie automatisch mit der Verpuppung. Dies ist aber nicht die einzige Verwandlung, die die Raupe durchmacht. Nein, nein. Sie wird sich noch einmal ändern. Und das schauen wir uns dann am Donnerstag an. Deine Aufgabe ist jetzt, den Kokon eine Raupe zu malen. Ich bin auf dein Ergebnis gespannt. Viel Spaß wünsche ich dir und bis Donnerstag! Nein, danke!